Na hallo zusammen, hier ist wieder Heutella und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar möchte ich euch heute so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute soll es gleich um zwei Mounts gehen, die beide tatsächlich denselben Namen haben. Warum das so ist, werde ich euch jetzt mal erklären. Wir wollen uns heute nämlich einmal das PvP Mount aus der vierten Season anschauen. Das schimpft sich einmal boshafter Kriegsquaker. Und ihr seht schon, das ist hier dieser Frosch mit einer Panzerung drauf. Und wir können auch einmal das Mount Special anmachen. Und dann, seht ihr schon, wie bei den meisten Frosch-Mounts, kommt dann so ein kleines Glühwürmchen. Und nach einer Weile schnappt er sich das, fordert das auf. Und ja, ist auf jeden Fall ein ganz schickes Mount. Hüpft auch recht lustig rum, nichts für schwache Nerven. Ich sag's euch, wenn euch da schlecht wird, ist das Mount vielleicht nichts für euch. Aber es hat auf jeden Fall eine ganz nette Animation vom Springen her. Warum gibt es zwei Mounts? Und zwar, es gibt einmal hier diese Allianz-Version. Die hat quasi das Allianz-Wappen drauf und dementsprechend ist das Ganze so ein bisschen in Allianz-Farben gehalten, also in Blau. Und dann gibt es dasselbe Mount hier auf der Horn-Seite. Und das sieht im Grunde relativ gleich aus vom Grundmodel. Wir haben halt hier das Horn-Emblem dran und die Farbe ist ein bisschen anders. Hier ist der Frosch, glaube ich, auch ein bisschen grünlicher gehalten. Und hier ist er eher ein bisschen bläulicher. Genau, das sind die beiden Mounts und in diesen Mounts schimpfen sich beide boshafter Kriegsquarker und auf der Horde heißt er auch boshafter Kriegsquarker. Wenn ihr eins der beiden Mounts freispielt, habt ihr automatisch beide Mounts. Heißt, auf der Horden-Seite habt ihr die Horden-Version, auf der Allianz-Seite habt ihr die Allianz-Version. Es ist jetzt auch so, für Leute, die Mounts collecten, das gilt auf verschiedenen Collector-Seiten dann als zwei Mounts. Also ihr habt dann zwei zum Preis von einem. Gut, wie schaltet ihr das Mount frei? Das ist quasi das ganz normale Season-Pvp-Mount und das könnt ihr euch freischalten, indem ihr Rated-Pvp spielt. Dafür habt ihr hier unten eine kleine Leiste und diese Leiste könnt ihr auffüllen. Wenn ihr sie auf 100% habt, dann ist es so, dass ihr dementsprechend euer Mount direkt ins Inventar bekommt und dann könnt ihr noch weitere Sattel farmen. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Was müssen wir hier machen, um quasi den Balken auffüllen zu können? Wir müssen eben Rated-Pvp gewinnen. Aber nicht ab einem Rating von 0, sondern mittlerweile haben sie es, glaube ich, runtergesetzt. Das war mal, glaube ich, 1500er Rating. Mittlerweile ist es anscheinend ein Tausender Rating, was man nur noch braucht. Zumindest sagt mein Toolchip das aktuell. Und ja, im Endeffekt spielt ihr, wenn dann im 2 gegen 2, 3 gegen 3 oder im 10 gegen 10, also im RWG, euer Rating auf 1000 hoch. Und dann müsst ihr einfach, ja, Wins farmen. Heißt, ihr könnt das im 2er machen, da kriegt ihr aber pro Win 10 Punkte, was halt 0,42% sind vom Balken. Im 3 gegen 3, was ich euch empfehlen würde, kriegt ihr halt 1,25%, also sprich 1,25%. Da müsst ihr halt nicht ganz 100 Dinger gewinnen. Und dann haben wir im RBG, kriegen wir 2,5%. Das ist am meisten, aber RBG-Gruppe zusammenkriegen. RBG dauert wesentlich länger als ein Arena-Spiel. Dementsprechend ist die effizienteste Möglichkeit hier an der Stelle 3 gegen 3. Man kann aber auch 2 gegen 2 spielen, wenn man halt jetzt nicht unbedingt 2 Mates findet dafür. Wie gesagt, ihr müsst nicht hochspielen. Tausender Rating ist kein Stress. Ihr solltet vielleicht wissen, dass im PvP das so funktioniert, dass ihr startet mit einem MMR, also ein Matchmaking-Rating, was euch mit 1.500, ihr startet aber mit 0 Rating. Solange eure MMR ein gutes Stück über eurem normalen, also dem Current-Rating ist, auch wenn er verliert, macht er kein Minus. Also ihr könnt eigentlich, wenn ihr jetzt nicht 50 Mal am Stück nur verliert, bis 1.000, eigentlich sogar bis 1.500 fast hochspielen, ohne Rating zu verlieren. Also auf 1.000 zu kommen, ist nicht sonderlich schwer. Und da dann Gems, wenn ihr dann jedes zweite, jedes dritte gewinnt, dann kriegt ihr das Mount hier auch zusammen. Mittlerweile ist es jetzt nur noch eine Woche drin. Das Video soll als kleiner Reminder quasi auch gelten, falls ihr das euch noch nicht erspielt habt. Ihr habt jetzt noch eine Woche Zeit. Das ist durchaus möglich, wenn ihr euch ein bisschen hinnockt, das Mount noch zu holen. Solltet ihr das verpasst haben, irgendwann wird dieses Mount aber auch noch bei einem Händler eingefügt. Und zwar, mittlerweile ist das System so, wenn ihr euch das aktuelle Season-Mount erspielt habt, dann könnt ihr den Balken nochmal auffüllen. Also der Balken ist dann wieder auf 0, ihr kriegt das Mount. Und dann könnt ihr den Balken nochmal auffüllen. Und dann kriegt ihr einen schrecklichen Sattel. Wenn ihr den geholt habt, könnt ihr den Balken nochmal auffüllen. Also ihr könnt theoretisch in einer Season-X Sättel farmen. Und mit diesen Sätteln könnt ihr dann Mounts aus älteren Seasons kaufen. Aktuell ist es so, dass ihr euch nicht die Mounts aus Shadowlands kaufen könnt. Blizzard handhabt es immer so, dass man quasi die Mounts mit diesen Sätteln kaufen kann von der letzten Expansion abwärts. Heißt, jetzt sind wir zum Beispiel hier in Sturmwind und da haben wir diesen schicken Händler. Und ihr seht, der hat hier für einen schrecklichen Sattel alle möglichen alten PvP-Mounts. Das müssten die aus Legion unter anderem sein, die aus BFA müssten auch dabei sein. Und auch noch ältere tatsächlich, die man sich hier holen kann. Bedeutet, falls ihr das jetzt nicht mehr schafft, irgendwann, vielleicht in Dragonflights, werden dann die Shadowlands-Mounts eingeführt und dann könnt ihr euch das mit einem Sattel nachfüllen. Ich habe mittlerweile einige Sättel allein auf dem Schall bzw. auf Twings rumliegen. Die alten Mounts habe ich alle. Das einzige Gute ist, die stacken mittlerweile. Früher haben die nicht gestackt, da hatten wir das ganze Inventar voll gehabt. Die stacken mittlerweile. Ist eine schöne Sache. Ja, und das müssen wir es noch ein bisschen abrunden. Apropos für PvP-Mounts. Und theoretisch gäbe es noch die Chance, sich ein weiteres PvP-Mounting-Season zu holen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr müsst dann einfach im 3 gegen 3 auf eine Wertung von 2400 kommen. Da bin ich gerade dran. Mir fehlt da noch ein bisschen was an Punkten. Wird wahrscheinlich bei mir auch eng. Und dann noch insgesamt auf dieser Wertung 50 Wins erwirtschaften. Und dann gibt es halt so ein schönes Gladiator-Mount. Und ich kann euch das jetzt mal zeigen, wie das mit dem Achievement aussieht. Zumindest von der letzten Season. Bei den Heldentaten. PvP müsste, glaube ich, drin sein. Genau. Also hier seht ihr das. Man muss dann auf den Elite rankommen. Das ist 2400. Und dann 50 Siege absolvieren. Und dann gibt es quasi noch einen Titel. Der ist aber nur temporär. Und den hat man nur in der Season. Und dann gibt es ein Mount. Das ist nicht temporär. Das behält man. Ich kann euch das auch mal kurz zeigen. Hier, das ist jetzt von der letzten Season. Aber das Mount von der Season sieht genauso aus. Bloß halt ein bisschen anders von der Farbgestaltung. Aber das kennen wir ja von Blizzard. Sind immer alles schöne Recolors. Gut, das sind soweit die Informationen, die ich euch geben kann. Ich drücke euch die Daumen, falls ihr das Mount noch nicht habt. Dass ihr es schafft, noch auf 1000 Rating hochzubasteln und einige Wins durchzuballern. Ist, wie gesagt, wenn man sich da reinhängt, durchaus schaffbar in wenigen Tagen. Und ja, drückt mir vielleicht die Daumen, dass es bei meinem Gladi-Mount noch klappt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Hat mich gefreut, dass ihr bei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.